Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen, das erste etwas glücklich, das zweite verdient nach einer Halbzeit. Und ich hoffe mal, dass wir weiter so gut und konzentriert spielen und das quäntschen Glück vor allem weiterhin haben, weil das haben wir auf jeden Fall jetzt in der Big End League, das kann man nicht sagen, dass es hier unglücklich für uns laufen würde. Aber jetzt haben wir erstmal einen richtig krassen Gegner wieder, der eine richtige Legende hat, nicht nur geliehen. Und merkwürdige Infos vorne drin hat, einen 78er linken Stürmer auf der rechten Position und einen 81er Stürmer Martinez. Die haben auch beide in einer komischen Liga gespielt, also entweder wechselt er die jetzt beide aus, wenn ja, dann weiß ich nicht, warum er die überhaupt aufstellt. Da könnt ihr ja auch andere Spieler hinstellen. Oder da ist einfach ein Fanboy davon, also es ist ein merkwürdiges Team, super teuren Kosta drin, also Legende, teuren Reus drin. Dann halt solche komischen Infos, also das ist merkwürdig. Egal, konzentrieren wir uns und versuchen wir gegen die einzelne, bessere, gegen die individuelle Klasse, die ja auf manchen Positionen besser ist, oder auf einer vor allem, dass wir die halt gewinnen. Oder dass wir die halt egalisieren, so ist richtig. Ja, das hat sich ein bisschen zu leicht gemacht. So, nachdem jetzt Polisic quasi aufgetrumpft hat, muss mal Quadrato zeigen, was er kann. Sollte logischerweise auf Echravi gehen, der auch komplett blank war. Och, fuck, ich stand da quasi drin. Scheiße, vielleicht will ich auch einfach ein bisschen zu viel mit Quadrato. War es noch nicht geplant, aber ist täglich klar. Da haben wir ein bisschen Glück. Macht es sehr gut, diese Mischung aus Pressing und Räume und Passwege zu stellen. Hätten wir noch einen Tick straffer aufziehen können, der kam ziemlich flach. Aber gut, dass er nicht festhält. Also, den musst du machen, weil er komplett frei war. Und Quadrato macht ihn natürlich, wer sonst... Also, es muss ja jetzt Quadrato gewesen sein, weil Polisic hat er durchgedreht. Zwei Geruchspunkte in einem Spiel. Und da muss dann logischerweise Quadrato zeigen, dass er auch was kann. Und er macht direkt mal den schwersten Abschluss, nämlich ein Kopfballtor. Sehr geil. Freut mich. Hoffen wir mal, dass es weiter so geht. Oh, fuck. Sehr gut. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das macht es leider im Angriff auch ziemlich gut. Das sind echt gefährliche Abschlüsse. Also so ein Distanzschuss kann logischerweise auch mal reingehen. Da muss ich aufpassen. Oh, er antizipiert einfach da in diesem 1-gegen-1-Duell so gut. Und zu Chesney ist auch kein guter Torhüter, jetzt mal davon abgesehen. Also da hat ein ganz merkwürdiges Team. Ähnliche Situationen wie vorhin. Oh, hat er ein Glück, ey. Das wäre natürlich 2-0 geworden, wenn das in irgendeiner Form funktioniert hätte. Ich glaube, da waren wir noch dran, oder? Achso, na gut, dann brauchst du einen ultra schlechten Abschluss. Sehr gut. Oh, so ein Dreckspass, so schlecht gespielt, ey. Mann, 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 den hätte er ganz anders spielen können. Ja, was soll ich machen, Mann? Er läuft halt zu dritt drauf zu. Vielleicht muss ich trotzdem dann ihn angreifen und hoffen, dass der andere Spieler scheiße baut. Ich weiß es nicht. Aber ich kann halt nicht 3 Spieler mit 2 entdecken. Abschluss war übrigens auch nicht wieder gut, aber egal. Hätten halt auch schon 2 Tore haben können. Das ist sehr ärgerlich, auf jeden Fall. Und warum? Weil Toreira diesen ultra schwachen Abschluss spielt. Äh, Quatsch, Pass spielt. Richtig beschissen, scheiße. Ich habe einfach immer versucht, mit seiner Legende abzuschließen. Ich habe einfach immer versucht, mit seiner Legende abzuschließen. das kotzt mich an das sehr unzufrieden sehr sehr unzufrieden aber egal ist unentschieden ich brauche einfach nur ein tor schießen dann gewinne ich hier oder kann ich gewinnen aber ich bin sehr unzufrieden weil dieses gegentor hätte definitiv nicht sein müssen auch gut wenigstens die ecke was macht denn da koulibaly für ein ding wenn das ding reingehen ist ja krass nice luck aber ich bin mit getehrer da ich wollte gerade sagen getehrer so krass und dann ist er leider im aus der ball aber eigentlich war es trotzdem krass die hatten doch den ball das war ein geiler schuss den hat Chessny auf jeden Fall krass gehalten. Aber wie gesagt, Ikati hat wirklich lange keine Zaubertore mehr gemacht, finde ich. Oh, Mist. Da wäre es glaube ich auch nicht gefährlich gewesen, wenn er nicht abgeflascht worden wäre. Jetzt hat er echt scheiße gebaut und ich kann es nicht bestrafen. Wenn er vielleicht mit Escharabi einfach versuchen sollen abzuziehen. Wir müssen halt auch einfach sein schlechtes Team bestrafen. Also diese merkwürdige zusammengeschusstete Team muss halt auch einfach bestraft werden. Finde ich. Ach du Scheiße. Da haben wir Glück. Alu. Könnte also jetzt auch locker 2.1 stehen. Nicht so geil. Fuck. Macht es echt gut eine Beteiligung. Das ist zwar ziemlich hektisch teilweise. Das war so klar, wie du total überhastet. Aber da ist der Angriff wenigstens vorbei. Was? Was? Wer war denn da noch ran? Was? Wer war denn da noch ran? Geile Idee, aber war natürlich ultra schwer auszuführen. Sorry, er hatte dann keine Power mehr. Ich glaube, ich glaube, der Poetralo lasse ich mal noch. Ich glaube, der Poetralo auch. Wenn das ist, dass ich mich mal noch. Der Poetralo. Ich glaube, der Poetralo. Der Poetralo. Ich glaube, der Poetralo ist so geil. Ich glaube, ich habe so geil. Hat Perisic eingewechselt? Oh, fuck! Macht's echt gut. Oh, man! Alter, wie hält er denn den? Wieder diese Scheiße, dass er uns ins 1 ausordnen nimmt. Zum Kotzen. Jetzt gibt's noch eine Verlängerung, aber egal, wir haben eine gute Schank gerade gehabt. Gut. Verlängerung? Okay, das kenn ich von gestern. Die letzten Verlängerungen hab ich, glaub ich, immer gewonnen gehabt. Aber... Es ist ein neues Spiel, von daher konzentrieren. ... 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 Geben wir doch mal Khedira! Schlecht getribbelt! Boah, Prusse wird sich aber auch gerade nicht durch in dem Spiel, ey! Nein! Oh, war die Flanke geil, alles dann drin, ich war einfach noch einen schönen Schritt zu weit vorn! Fuck! Krasses Spiel auf jeden Fall! So, ich hoffe, dass ich jetzt das Tor machen kann! Oh, komm schon! Was? Wir sind doch im Elfmeter-Ski- Was? Wir sind doch im Elfmeter-Ski- 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 Wir sind froh, wir sind bleibend nicht! Wir machen alle Tanten! Wir sind im Elfmeter-Ski- Krass, der Gegner hat aber seine Elfmeter echt gut geschossen, kann man nicht anders sagen. Wir haben unsere Außerdehn in der Mitte, haben wir auch gut geschossen würde ich sagen, und ja, oh Gott, was hat er jetzt gerade gemacht, hast du das gerade gesehen, ich glaube, wer hat er gedacht, hat jemand im Arm. Wir gewinnen also jetzt sogar das Elfmeter schießen, das ist sehr gut, ich sage ja, das Quäntchen Glück haben wir bisher in dieser Weekend League, aber ich hätte lieber vorher schon ein Tor gemacht, die Chancen hatten wir, aber gut, der Gegner hat auch zweimal Alu, also ich würde sagen, nicht ganz verdient dieser Sieg. War das jetzt das erste Spiel oder das zweite Spiel in der Weekend League? Äh, in der Aufnahme, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, das war das erste, ne? Torvorlagen einmal, okay. Ich brauche ja nur gucken, wie viele Spiele wir noch haben, dann weiß ich es ja. Für wie viele haben wir aufgehört? Bei 17, ne? Wenn ich vier gespielt hätte, hätte ich noch 13 gehabt. Genau, wenn wir jetzt noch ein Spiel machen, dann haben wir noch 13, ja passt. Alles klar. Oh, El Jarabi hat sich mal wieder verletzt, da scheinen Verletzungen anfällig zu sein und Torreira auch. Da fällt eine Partie aus, Arm, zwei Spiele Fuß. So, dann spielen wir mal mit der Bundesliga und hoffen, dass ich weiter dieses Quäntchen Glück habe oder jetzt einfach durch gutes Spiel und besseres Spiel als der Gegner gewinnen. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Abwehr nicht so zufrieden, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Gegner, gegen die ich jetzt spiele, deutlich besser werden, weil ich halt jetzt so viele Spiele schon gewonnen habe und die halt einfach im Angriff so gut spielen, dass es sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Ja, weil mein Abwehrverhalten, das fällt mir eher negativ auf derzeit. Aber ich glaube fast, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere, ich werde dann noch eine Aufnahme machen mit jeweils zwei Spielen, da habe ich am Sonntag nur noch 11 Spiele, das wäre eigentlich ziemlich cool. Das wäre auf jeden Fall sehr machbar, ohne dass ich groß Stress habe. Komm schon. Keine Ahnung, warum die Gegner jetzt wegdrücken, die wissen ja nicht, wer ich bin. Oder wie gut ich gespielt habe. Fählen wir gerade auf Quadrat und den können wir eigentlich mal rübersetzen. Nicht, dass ich den aus Versehen wieder einwechsel. Ach, nicht gegen El-Jarabi. Na komm, jetzt würde ich doch entscheiden, dass ich keinen Gegner finde. Ich gehe davon aus, es ist jetzt ein richtig krasses Team. Okay, richtig krass nicht. Es hat ein paar gute Spieler. Courtois, der Stürmer scheint recht beliebt zu sein. Ich vergesse mal den Namen. Dann Info-Stirling, Info-Badjuai ist es glaube ich, wenn es der ist, den hatte ich glaube ich auch für Champions-Pack. Nee, Zaha, sorry, Info-Zaha. Ja, Badjuai ist glaube ich ein 83er. Rashford, genau, Rashford ist es im Sturm. Dann Sané, Info-Stirling. Ja, und Loris natürlich auch ziemlich guter Torhüter. Also er hat ein paar sehr gut besetzte Positionen und ein paar normal besetzte, sage ich mal. Konzentration, komm, ich will jetzt gewinnen, nicht viel länger müssen. So, Bender ist natürlich ein Tick schneller geworden durch sein Upgrade. Oh nein, nice luck. Schon wieder nice luck. Das ist mir zum Glück nicht. What? Wie hält denn den bitte schön, Loris? Mist, das habe ich nicht gedacht. Mist, das habe ich nicht gedacht. Oh nein, bin ich blöd. Aber der Gegner macht es zum Glück auch nicht gut. Er macht auf jeden Fall Stellungsfeder, das ist schon mal auffällig. Das ist gut. Aber wenn ich es gerade schlecht ausgespielt habe. So, eine Vogelwildeflange. Boah, da haben wir gleich. Das war jetzt nicht wirklich schwer für Fährmann. Das war jetzt schon mal. Oh, Alufuck. Das wäre ein geiler Distanztreiber von Arangis gewesen. Also ein 1-0 wäre auf jeden Fall schon verdient. Bitte, weil er für mich versucht viel über seine Pace und Sprints zu machen. Dann pfeift wieder aber auch das Foul, Mann, wenn der Vorteil weg ist. Das war jetzt schade. Oh Gott. Ich habe es irgendwie geahnt, dass da jetzt totaler Quatsch kommt. Mit dem Pass hat er nicht gerechnet. Ja, nochmal weiterleiten auf Tolisio. Der Stand besser und dann mit ihm abschließen. Aber ich habe es halt erst zu spät realisiert. Und ganz ehrlich, den kann Arangis auch selber machen. Geht er jetzt schon auf Zeit, oder? Oh, das wäre es gewesen, wenn er den Ball bekommt. Scheißlacker, unverdient. Aber egal, wir schießen hier logischerweise einfach noch zwei Tore und drehen das Spiel. Boah, was für ein Lackerer, ey. Bitte eine Ecke, bitte eine Ecke. Oh, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hätte aber auch schon eher gerne passen sollen. Ne, ich lass mal ausgeglichen, das hat er bisher gereicht. Auch wenn da noch kein Tor gefallen ist. Tja, sehr sehr ärgerlich, dass er jetzt hier einzelnen Führungen geht. Absolut unverdient, aber ich darf mich nicht beschweren. Ich habe jetzt auch schon unverdient gewonnen, von daher. Aber es ist schon lange nicht vorbei und logischerweise werde ich jetzt hier noch verdient gewinnen. Mal zu optimistisch gedacht. … … Oh nein, ich bin blöd. Oh nein, ich bin blöd. Oh nein, ich bin blöd. Nice luck, nice luck, nice luck. Oh, es ist also so ein Spiel, alles klar. Wie gesagt, hatten wir selber schon. Das Spiel, was wir 2-0 gewonnen hatten, vor zwei Aufnahmen oder so, da war es ja auch so. Das war absolut unverdient, dass ich da 2-0 gewinne. Aber es ist noch nicht vorbei, ich traue mir hier auch jetzt noch locker 3 Tore zu. Weil wir sind auf jeden Fall der klar bessere Spieler und er schießt halt hier einfach nur Lackertore. Aber ich meine, alleine wie viel Glück der jetzt gehabt hat in dieser letzten Situation war krass. Ich bin blöd. 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 Da lackt sich aber auch ein Mist zusammen, das gibt's ja gar nicht. Oh, fuck! Bitte rot! Gib dich mal einen Foul, krass! Das ist unglaublich. Mit Pulisic haben wir fast gar nicht gespielt. Konzentrieren, selbst wenn wir das Verlieren jetzt unverdient, ist egal. Wir haben auch schon zwei Spiele unverdient gewonnen. Das wäre dann das zweite Spiel, das wir unbedingt verlieren. Damit gleicht sich das dann auch wieder aus. Und wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Weitereien, das wir nicht gut fühlen. Und wir müssen uns aufbauen und aufbauen. Wir müssen uns повs구, wie es derart ist. Und wir müssen jetzt noch ein Foul definitiv machen. Aber wir müssen uns aufbauen und nehmen uns aufbauen. Und wir müssen uns aufbauen und nehmen uns aufbauen. Schlechter Pass, wenn Werner auf Alessandrini tunnelt. Jetzt scheint er defensiv zu stehen, aber nachzuvollziehen. ... ... ... ... ... ... Ich habe noch eine Torchance zu erspielen so schlecht er spielt so schlecht ist zum kotzen egal das ding ist durch logischerweise und wie gesagt es ist ja nicht das erste mal dass wir hier unverdient verlieren und wir haben auch schon unverdient gewonnen deswegen ist okay wir haben aber auch keinen bock einständige pässe zu spielen schade ich habe das ding ist durch leider Okay, gar nicht drüber nachdenken, macht nichts, egal, scheiß drauf. Könnte ich jedes Spiel gewinnen und dann wird es leider auch mal unverdient. Und wie gesagt, in der einen Situation hätte ich halt auf Tolisu-Schi passen können, dann wäre es auf jeden Fall zu 99% das 1-0 gewesen, auch wenn ich immer noch der Meiner bin. Ach, jetzt muss ich ihn auch selber machen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, mindestens eine Aufnahme will ich eigentlich noch machen, damit wir hier maximal elf Spiele haben, dann am Ende. In diesem Sinne, bis dann, tschö tschö.